US-Patentschriften zufolge steht die Präsentation eines spektakulären Side-by-Sides von Yamaha unmittelbar bevor. Befeuert vom 113 PS starken 998 Kubik-Dreizylinder-Triebwerk aus Yamahas Motorschlitten steht der RZR-Fraktion Furcht und Schrecken ins Haus. Schön zu erkennen auf den Patentzeichnungen die Lage des längs angeordneten Mittelmotors und ein klassischer Gangschaltungshebel. Das Yamaha Side-by-Side verfügt also nicht über eine CVT-Variomatik, sondern über ein mechanisch geschaltetes Fünfganggetriebe, welches getrennt vom Motor zwischen Fahrer- und Beifahrersitz angeordnet ist. Die Side-by-Side-Szene geht von einem manuell zu schaltenden Fünfganggetriebe aus, wobei wir uns nicht wundern würden, wenn Yamaha den Gangwechsel von einer Tiptronik erledigen lässt. Auch Bilder, wie das Yamaha Side-by-Side wohl aussehen wird, geistern bereits schemenhaft durchs Netz. Als Termin für die offizielle Enthüllung hat Yamaha den 1. September 2015 angekündigt. Und was den Namen des giftigen Yamaha Side-by-Sides betrifft, tippen wir mal heiß auf Benji.